Musik Moin meine Freunde der Musikkastenunterhaltung. Was geht ab? Hier ist euer DJ Seven. Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und nicht so viel Zeit verschwenden. Ihr wisst, keine Zeit, dies, das. Einfach jetzt 50 Klausen, Tilt, let's go. Wow. So, und wir scheinen in Klausen angekommen zu sein. Das heißt, wir gehen jetzt in Tilt Club. Musik 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 Let's go! Musik Musik So, und zweiter Tag. Wir haben Samstag. Und ich bin wieder in Klausen. Und heute geht es in den Milusiner Club für die Project X Wild Minas. Aber jetzt zuerst geht's was essen. Musik So, und hier gerade in Milusiner angekommen. Hinter mir seht ihr die Abendparty. Und DJ Nosy hinter mir. Und wir sind bereit für eine supergeile Party hier im Milusiner Club. Und ich würde sagen, auf geht's. Musik So, bei mir stehen jetzt die letzten Vorbereitungen für heute Abend an. Und weil ich hatte heute Make-up nicht so viel Zeit für mich froh zu bleiben für heute Abend. Und deswegen lassen wir schnell machen die Zeit, wo Nosy das warm up macht. Und dann starten wir den Abend. Musik 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 Hey, ich habe mir Faye takeover. Ich habe mir gesehen, DJ Seven. Da, dann zuerst ein Sektor. Ich habe mir gesehen, ich habe, die auch noch nicht. Ich war auf die Musik. Jetzt den Sektor mit meinem Gefühl. Hier sind wir den Sektor überiatoren. Hier habe ich mich verletzt. Hier habe ich mich verletzt. Aber wenn wir nicht mehr dran kommen. ństti, dann hatten wir 1.7. Was meinst du, was du da kameran? Ich bin anders, ich bin anders. Ja, ich bin anders. Was ist das, was du da? Was ist das? Super, ja. Ja, 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 ja. So und das war's mit dem etwas kürzen Vlog und definitiv chaotischem Vlog, aber das ist halt so manchmal im Nachtleben. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und falls dir das Video gefallen hat, dann bewerte das Video mit einem Daumen nach oben und ich habe nur zwei Neuigkeiten, was die Infobox unten angeht. Einmal verlinke ich die ELO Radio Charts, die Dent Charts, da könntet ihr gerne mitwohnen und jeden Donnerstagabend ab 20 Uhr live im Radio hören oder im Livestream. Zweite Neuigkeit ist, ich verlinke auch jetzt mal mein Channel bei RTLU, wo ich die Vlogs auf Luxemburgisch mache und paar extra Vlogs dazu packe, die ich nur für das Format RTLU produziere. Also falls ihr darauf Aufbruch habt, alles unten in der Videobeschreibung, sowieso mal unten in der Videobeschreibung, lalalala, sowieso mal unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da findet ihr auch hier, da findet ihr auch jedes Mal, wo ich dieses Wochenende zu finden bin. Meine aktuellen Mixtapes findet ihr auch da und meine Social Media, wo ihr mir überall folgen können, findet ihr da auch alles unten in der Infobox. Also da auch immer vorbeischauen, das lohnt sich. Hab ich noch was vergessen? Ich glaub, das war's. Wie gesagt, vielen Dank, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Ciao. Let's walk the shit. Ich hab schon wieder vergessen zu sagen, wo ich nächste Woche bin, ne? Dann machen wir ja schnell. Also, am Freitag ab 14.30 Uhr bin ich im Café du Gymnasium für eine Afterschool der Extraklasse. Tequila gibt's für 1 Euro und Corona gibt's für 3 Euro. Dann am Freitagabend findet ihr mich im New Reef Gooch in Grevenmacher. Am Samstag findet ihr mich im Blondes Gloppe. Und am Dienstag ist Schulende in Luxemburg und da muss jeder aber auch jeder ins Café du Gymnasium. Ab 2 Uhr Mittag am Dienstag, den 11. müsste das sein, gibt es Freibier. Also, das ist mein Programm für jetzt die nächsten Tage. Wir sehen uns aber jetzt. Let's walk the shit.